Hallo und willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Viel Spaß und let's play. Wir bügeln das alles wieder glatt. Keine Sorge. Fähigkeiten. Sucher verbessert. Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Oh, Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie Fähigkeiten aus einem blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Okay, was kaufen wir denn? Wie viele Moneten haben wir? Drei Fähigkeitspunkte haben wir. Sprünge und Landungsstürze sind leiser. Das holen wir uns mal. Und gekauft. Erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die Sie aus jeder Quelle erhalten. Holen wir jetzt auch mal. Somit sind unsere Fähigkeitspunkte aufgebraucht. Das war's auch schon. Dann ziehen wir mal weiter. Oder kann man hier noch was machen? Uh, da. Logbuch. Ein Logbuch. Ist das die Blackbox? Nix Blackbox. Hier ist noch was. Hier können wir aber nix machen. Oh, nee. Da hab ich was gefunden. Ich hab was gefunden. So, ein bisschen Baumfällen. Ja, oder Bäuchchen. Unser Ziel ist es... Uh, da ist jemand. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Uh. Kampf gegen Affen. Harte Landung. Werkzeug finden, um ihre Ausrüstung abzuschneiden. Wir beißen das einfach durch. Ich brauche was zum Durchschneiden. Haben wir nicht eine Machete? Ich dachte... Oh, da sind... Hier, habt ihr ein Messer dabei? Ihr Affen? Ne, habt ihr nicht. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt sind Seilpfeile erforderlich. Ähm... Können wir nichts ausrüsten? Was war das jetzt? Hm. Hier vorne? Wir brauchen ein Messer. Uh, uh. Was ist denn das? Komm. Hier lang. Da. Noch ein bisschen. Uh. Jede Menge Pflanzen können wir hier abgreifen. Das hier auch. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ja. Wir sind ein bisschen auf der Suche nach etwas zu sammeln. Ja, das ganze Bäumchen nicht mehr ganz gelassen. Das ist kein Problem. Aber das kann ich mal so verkehrt. Alles sammeln, was geht. Wir haben gerade seine Sammelwut. Krypta entdeckt. Erkunden Sie Krypta. Und erhalten Sie irgendwelche Sachen. Das konnte ich nicht mal lesen. Oh. Hallo? Muss ich Eintritt bezahlen? Nein. Machtkampf. Ein Bericht über interne Machtkämpfe unter den Spanien. Da mischen wir uns nicht ein. Fehlen Ausrüstung. Ah, verdammt. Da kommen wir gar nicht hin. Ich brauche ein Messer, eine Machete oder irgendein Kirchenmesser. Wo ist hier Jason? Vom Freitag der 13. Der hat doch immer eine Machete dabei. Herausforderungskrab. Ja, ich muss jetzt mal die erste Herausforderung hier schaffen. Wo komme ich? Wo bekomme ich denn das? Ja, ich bin auch genervt. Ah, da. Das reißen wir mal schön ab. Und selbst ist die Frau. Wollte gerade sagen. Achtung. Scharfe Kante. Verdammt. Ne, das war wohl gar nichts. Toll. So, und rein. Ups. Vielleicht durchtauchen? Können Sie tauchen? Komm. Oh, da ist eine Pflanze. Ähm. So. Können wir da irgendwas rausreißen? Ah, bestimmt da. Komm. Runter. Ne, verkehrte Richtung. Noch ein Versuch. Da, jetzt aber. Da haben wir das scharfe Messer. Ja. Im Wasser ist es wesentlich nicht leichter. Oh, eine Murine. Mh, komm. Verschwinde. War klar. Ja. Das wolltest du doch. Abendessen ist angerichtet. Oh, und ein Ticken schlauer. Oh, jetzt müssen wir den Ausgang finden und unsere Sachen runterschmeißen. Ja, das mache ich doch gerade. Jetzt laufe ich in die verkehrte Richtung. Mann, hier kann man sich ja richtig verlaufen. Tierchen, lass mich bloß in Ruhe. Oh, wir können ein Tierchen erlegen. Können wir nicht. Was steht da? Auf Bäume klettern. Wie ein Affe. Aber das lassen wir kurz. Wir müssen unsere Waffen hier rausnehmen. Zumindest, was wir da finden. Was noch davon übrig ist. Schneller. Sprint. Sehr gut. Jetzt können wir das durchschneiden. Oh, oh. Ganzhaft jetzt. Bergungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. So, was haben wir hier noch, was wir so sammeln können? Äh, nochmal. Ne, da kommen wir nicht ran. Kann ich das Messer nicht an meinem... Oh. Hier vielleicht? Gib dich damit zufrieden. Wir haben es eilig. Kann ich da... Da leuchtet doch was auch. Hier. Ne, das bringt nichts. Die Ausrüstung fehlt. So, langsam mal gucken. Oh, da habe ich was entdeckt, oder? Oder das hier im Wasser? Schön versteckt. Ne. Das war nichts. Und wieder raus. Okay, da können wir nicht raus. Hier lang. Nochmal unseren Instinkt hier einschalten. Wo ist das andere Teil? Ich glaube, da habe ich es gefunden. Man, alles schön verstreut. Juhu. Wir haben alles. Das Lager war wo genau? Oh, oh, hallo. Sollen das? Oh, Kaninchen. Ich habe Hunger. Bleib stehen. Ach, wir gehen mal erst ins Lager. Dann wollen wir mal. Inventa. So. Oh, endlich was Brauchbares. Oh, Outfits. Oh, Killerkommando. Oh, Forscher, Forscher. Puka Hook. Was haben wir hier noch? Uh. Oh, das ist hier noch schlimmer. Das sieht schon eher cooler aus. Hm. Das ist... Welches nehme ich bloß? Ah, ich glaube, das sieht ganz cool aus. So. Haben wir noch mehr Fähigkeitspunkte? Nicht, dass er hinter mir wartet, dass er mich gleich aufmampfen will. In die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Kein Problem. Haben wir. Wir haben den MacGyver gemacht. So, schön wetzen. Super. Sieht gut aus. Das müsste scharf genug sein. Jetzt holen wir die Ware runter. Und Schnitt. Geht doch. Ich glaube es nicht. Heute ist nicht unser Glückstag. Ja. Gut gemacht, Lara. Ich hoffe, wir kommen jetzt ohne Prodi mehr da hoch. Das Seil zu schneiden. Müsste jetzt kein Problem sein. So, und hoch. Ja, sehr gut. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr Sammelwut. Ölkäfer. Hm. Schmiere ich mir in die Ohren. Dann höre ich besser. Ja, abschnitten. Abschneiden. Yippie. Yippie. Das war gerade ein Freundssprung. Da. Ups. Kannst du das schieben? Nee, kannst du nicht. Aber wie gehen wir uns damit zufrieden? Oh, was ist denn das? Ein Sniper? Mit Genuss. Unserem Bogen. Walkie Talkie ist auch dabei. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Weiß ich auch nicht. War demnächst mal ein bisschen schlauer. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Ach, ich dachte, Miguel wäre draufgegangen. Das war's. Mehr haben wir nicht. Mann. Sie hat sich gefreut, aber auch nicht so viel. So war's. Oh, da noch ein bisschen Pflänzchen sammeln. Oh, was war denn das? Indigo-Wurzeln. Wurzeln der Indigo-Pflanze verbessern die Wahrnehmung. Oh, scharfer Instinkt. Ich glaube, das können wir jetzt noch nicht benutzen, oder? Oder doch? Ah, doch, geht. Aber wir gucken noch mal irgendwas, ob irgendwas noch sinnvolles ist. Wollen wir mal jagen? Ach komm, ein Tierchen erlegen wir jetzt mal. Oh, Vögelchen. Du musst dran glauben. So. Uh. So. Was zu futtern. Vögelchen am Spieß. Leicht Medium. Oh, wieder was zum Wetzen bestimmt. Da ist noch was. Da habe ich was gesehen. Oh, totes Tier. Oh, noch ein bisschen hüftzig. Haut. Hm. Ortwitz herzustellen. Waffen-Upgrades. Dafür ist die Haut gut. Für Hautstraffung ist das ein bisschen zu spät. So. Herausforderungsgrab. Erkunden sich, um den Eingang zu finden. Und? Nee. Und da. Ich habe gerade die Sammelwut. Ich wollte das hier noch mitnehmen. Oh. Ein Totenkopf. Sieht man nicht so gut, aber ich glaube, das ist ein Totenkopf. Warum tot ein Tier? Oder nicht? Nee. Habe ich mich geirrt. Oh. Ein blauer Frosch. Bestimmt giftig. Dich will ich nicht erlegen und essen. So. Was haben wir hier? Da geht es nicht lang. Oh. Die Höhle des Löwen. Oh, toll. Wir brauchen eine Kletteraxt. Haben wir leider nicht. Und basteln wir uns auch noch zusammen. Dann gehen wir wieder mal zurück. Und das war wohl nichts. Oh. Halt mal still. Hübsala. Voll in auf den Arsch. Verdammt. Oh. Habe ich, glaube ich, nicht mehr getroffen. Die sind zwar nicht schnell, aber ich bin zu langsam. Na gut. Wir halten uns mit diesen Dingen jetzt nicht auf. Schon wieder was entdeckt. Mein Gott, wir werden hier noch oberschlau. So. Und rüber. So, nochmal kurz zum Lager. Und dann ab zur Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.